Ich bin Felix Rücker. Im Moment befinde ich mich zur Ausbildung als Altenpflegeschüler im ersten Lehrjahr. Also grundsätzlich kann man sagen, so den ganz normalen Arbeitstag gibt es nicht. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist mit neuen Herausforderungen. Ganz besonders liebe ich an meinem Job, dass ich mit dem, was ich tue, den Bewohnern, ich sage es mal, ein Lachen ins Gesicht zaubern kann. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, wenn ich sehe, dass es Früchte trägt, das, was ich tue. Das würde ich definitiv von mir behaupten, dass ich meinen Traumjob gefunden habe. Ich bin zwar auf Umwege auf diesen Job gekommen, aber dennoch kann ich das definitiv von mir behaupten, dass da der Traumjob gefunden wurde. Entfaltung bedeutet für mich, dass ich meine persönliche Note im Umgang mit den Bewohnern mit einbringen darf. Das Besondere, das, was mich antreibt, jeden Morgen aufzustehen und diesen Job halt zu machen, ist einfach das, wenn ich dann in die Gesichter von manchen Bewohnern schaue, wenn die sich freuen, wenn man auf die Arbeit kommt, wenn die schon von Weitem winken und sei es, wenn sie nur ein kleines Lächeln im Gesicht haben. Das ist einfach das, was mir persönlich sehr viel Spaß und Freude an diesem Beruf bereitet.